guten morgen meine lieben nicht schrecklich aus ich habe eine zaubermaske drauf das ist eine schlammaske schaut mal wie sie einfach also jetzt seht ihr diese kleinen pünktchen das sind alles die poren so tief geht diese maske hinein da hat die luisa mir ein bisschen was weg gemacht weil wir gerade vorhin gekuschelt haben richtig cool oder auf jeden fall mache ich gerade mayonaise selbstgemachte weil ich mache diese melanzane salat und da war war das schon vorbereitet weil er hat damit der macht das nämlich immer so dass die melanzane ist anbraten die haut runter und die müssen noch gehackt werden zwiebeln hat auch schon geschnitten und ich werde jetzt hier die mayonaise machen ich habe mir schon zwei rohe eier rausgeholt ich brauche dann noch noch zitronensaft salz und pfeffer herr ist das salz bin ich blind aber jetzt kommt erstmal die maske runter da habe ich mit seinen einweg war schlappen genommen bin nämlich gestern abend mit schminke ins Bett gegangen weil ich war gestern auf so einem event war weg am vormittag bis nachmittag und die lisa hat mich so vermisst und dass sie mich danach nicht mehr losgelassen hat und dann bin ich irgendwann eingeschlafen mit der ganzen schminke im gesicht ja und dann hast du das gefühl dass mein gesicht ein bisschen mehr die säuberung braucht als nur ein bisschen abschminken ich habe zwar auch den lumi verwendet aber für die zaubermaske einmal die woche ist auf jeden fall ein muss zumindest bei mir so ich mache mir die jetzt ganz schnell ab und dann nehme ich mich wieder in die küche mit so meine maske ist jetzt abgemacht ich musste noch mal umziehen ich habe mir nämlich ein bisschen angepackt mit zahnbarster habe ich gesehen und ja ich werde auf jeden fall jetzt mal eine sie machen ich werde zeigen wie einfach das geht dafür braucht ihr zwei rohe eier und das sind zitronensaft ihr könnt auch frisch gepressten zitronensaft nehmen pfeffer das salz finde ich nicht keine ahnung ist verschwunden ich nehme halt dieses salz und dann senf und das war es also nicht so wichtig dass du das was vergessen wird man braucht ganz viel öl für marionese und diese sachen werden hier jetzt in die schüssel reingetan und dann werde ich mit dem stabmixer ja rühren richtige wort also die eier müssen ganz sein also nicht trennen oder so jetzt gleich ein schuss zitronensaft ich mache das ganze so nach gefühle nach geschmack muss ich ganz ehrlich sagen ich werde jetzt hier so ungefähr einen esslöffel senf rein geben die wichtigste zutat ist glaube ich neben den eiern das öl auf jeden fall jetzt guten 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 schuss verwenden schaut jetzt bei mir ungefähr so aus und jetzt werden wir das ganze hier mixen So schaut jetzt meine fertige Mayonnaise aus. Sieht ihr, sie ist richtig fest und sie schmeckt auch richtig lecker und sie ist selbst gemacht. Ihr müsst aber immer bedenken, bitte nehmt frische Eier, weil das ist natürlich roh. Also wir haben die von unseren Hühnern genommen. Und so schaut das Ganze jetzt angerührt und angemixt fertig. Es fehlt aber ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Wir haben nämlich schon gefrühstückt, aber alles ist schon wieder abgeräumt. Na, so dunkel. Ja, alles ist schon wieder abgeräumt. Wir haben nämlich schon vorhin gefrühstückt und ich wollte euch trotzdem noch meinen Melancholinsalat zeigen mit selbstgemachte Mayonnaise. Das schmeckt so, so lecker. Ja, und ich räume jetzt aktuell hier das Geschirr ein. Und na, Fokus, was los? Geschirr ein. Heute gibt es Goulash. Deswegen habe ich schon das Goulash rausgeholt. Und ja, ich räume hier auf jeden Fall auf, wie ihr sehen könnt. Und ja, mal gucken, wie und was ich jetzt dann mache. Auf jeden Fall einen Kaffee trinken. Das habe ich heute noch nicht gemacht. So, meine Lieben, ich habe jetzt ein bisschen was gearbeitet und jetzt muss ich nämlich kurz raus zum Papa. Der braucht nämlich ein neues T-Shirt. Der hat nämlich seines komplett durchgeschwitzt. Ich zeige euch, hey, Sophie, wo warst du denn? Hier, Papa. Nein, wo? Ich habe aber jetzt nämlich durchgeschwitzt, weil er hat hier gegraben. Ich zeige euch dann gleich was. Und zwar hier war Erde. Seht ihr? Diese Treppen hier drauf. Und das hat jetzt alles weggemacht, weil hier müssen unsere Mülltonnen her. Wir haben sie aktuell. Also aktuell haben wir hier unsere Mülltonnen, aber das ist halt nicht so wirklich toll, weil die sind halt hier auf der Straße und das ist jetzt nicht so erlaubt. Deswegen machen die Jungs dort das alles weg, damit dort Platz ist für die Mülltonnen. Ja, und hier sammelt sich auch so ein bisschen Müll an und hier auch. Oh mein Gott. Ja, und da haben wir jetzt für den Boden, weiß ich nicht, das sind so ein Nivelliermaß. Ich zeige es euch gleich. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, was wir mit diesen Säcken dann gemacht haben. Und zwar wurde der Boden ganz neu gegossen. Also hier im gesamten Vorraumbereich. Jetzt blendet es ein bisschen. Auf jeden Fall, der ganze Vorraum ist jetzt ganz neu gegossen worden und auch Michels Zimmer. Ich zeige euch das gleich. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber es ist alles perfekt. Alles ist jetzt schön eben. Und ich finde, dass man auch jetzt hier, wenn man spricht, einfach das andere Klang ist. Oder? Durch die ganzen schönen Regipswände, die schon da dran sind. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Oh mein Gott. Ich meine, bitte. Wie schön. Ich bin so happy. Da drin kommt ja Michels Schrank. Hier. Das habe ich euch ja beim letzten Mal, beim letzten Video schon gezeigt, wo ich ausgemessen habe für die Möbel. Ja, da kommt auch immer Michels Schrank. Ich kann mir das schon, ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen. Ein bisschen so, aber ich freue mich so mega für die Kinder. Die haben so, ja, wie soll ich sagen, die haben so eine Vorfreude schon auf ihre Zimmer. Patrick wollte am Anfang ja nicht so wirklich, ja, sein Zimmer wechseln und so. Und jetzt sieht er einfach, wie viel Platz er haben wird. Und wie groß das Zimmer sein wird, dass er sich so, so freut. Ich zeige euch dann auch gleich Patricks Zimmer. Also da, wenn man da spricht, hört man es noch so ein bisschen hallen. Ja, hier beim Patrick wurde auch ein bisschen der Boden ausgeglichen, weil dieses Zimmer ein bisschen schief war. Also das war so nach unten sinkend. Deswegen nur hier. Das wird aber noch angeglichen. Also nicht wundern, das bleibt jetzt nicht so. Ja, hier stehen ja auch schon überall diese ganzen Steher für die Rehgipsfände. Da drinnen im Ankleidezimmer ist die Decke schon gemacht worden. Da ran kommen ja auch Lichter. Und diese, ich weiß gar nicht, ob da auch was ran kommt oder ob das nur verputzt wird. Hm, mach so gut. Kein guter Fokus. Warum denn das? Hä? Was ist los mit meinem Fokus heute? Ach, jetzt. Auf jeden Fall, diese Zimmer, also diese Wände, weiß ich nicht. Ich glaube, die verputzen sie nur, weil die sind eigentlich eh recht schön. Und diese Tür ist auch schon draußen. Könnt ihr euch noch erinnern? Da hatten wir diese Eisentür, weil hier unser Holz-Allesbrenner, wie auch immer der heißt, drinnen ist. Der wird aber wegkommen. Ja, also dieses, ja, Mordstrom, das wir nie nutzen. Also nicht wirklich, also einmal im Jahr, wenn überhaupt, das kommt jetzt weg. Weil, ja, wie gesagt, das ist halt nicht wirklich eine Heizung von uns. Wir nutzen das nicht. Und es wäre ja schade drum, diesen Raum dann quasi zu verschenken, nur um das da drinnen halt aufzubewahren, weil wir heizen ja sowieso mit Gas für die Leute, die sich eventuell wundern. Ja, und hier, wie ihr seht, werden aktuell auch diese Löcher hier verputzt und die Fensterbank schön gemacht. Und ja, es geht gut voran. Es ist noch ein bisschen was zu tun, wie man erkennen kann. Ja, Fliesen müssen wir auch noch kaufen fürs Badezimmer. Und im Vorraum haben wir uns dazu entschieden, auch so Granitplatten wie bei uns oben. Und in den Kinderzimmern kommt dann entweder Parkett oder Laminat oder weiß ich noch nicht. Also, ich will es überlegen noch. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder in der Küche. Ich schneide gerade Fleisch für das Gulasch und die zwei Meter. Okay, die haben bis jetzt die ganze Zeit so süß gekuschelt. Jetzt habe ich meine Kamera geholt. Wie sagt ihr, was ihr gebt? Ja, wie ist die Fläche? Ja. Wie ist das? Wie ist die Fläche? Ich will dir das. Wie ist das? Ja, ich will mir die Fläche. Äh, ich will das gut, dass du deinen Mom. Ja, du Sofie, ich will das gut. Gut, dass du ja. Wie ist das? Wie ist das? Die Kuh hat Löcher. Zeig es mal. Hey, meine Kuh, meine Kuh. Lass sie die Kuh. Oh. Gib mal meine Kuh. Gib mal meine Kuh. Gib mal meine Kuh. Das passt eigentlich nicht, Lisa. Jetzt sagst du denen keine Kuh, sondern eine Ziege. Du willst nicht kämpfen. Schlag ein. Eine Ziege ist nicht gepunktet. Au. Sie hat mir meinen kleinen Finger gepflegt. Oh. Das Gulasch gart schon vor sich hin in der Cook-Family. Ich werde das jetzt nicht mehr aufmachen. Ich habe alles hier schnell reingeworfen und muss mir jetzt noch eine Beilage überlegen. Ich habe nämlich keine Knöckerl mehr. Jetzt überlege ich, ob ich entweder Nudeln dazu mache. Ich hätte auch noch Semmelbrösel. I don't know. Hm. Ich warte mal die Umfrage auf Instagram ab. Und dann schaue ich mal, was ihr so sagt. So, meine Lieben. Gulasch ist schon aufgefuttert. Und guck dir mal, weil ich das letzte Mal geblockt habe. Ich glaube, als ich das Gulasch eingestellt habe. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt schon am Abend. Ich habe jetzt aufgeräumt. Küche geputzt. Schilspüler eingeräumt. Eingemacht. Eingemacht. Ja, und jetzt gehe ich mich abschminken. Und dann ein bisschen runterkommen. Ein bisschen den Abend genießen. Und ich bin jetzt gerade die Treppe draufgegangen. Weil jetzt gleich noch unten haben wir noch angeschaut, was die Jungs da unten so machen. Und es geht echt gut voran. Jetzt wird gerade der Vorraum mit diesen Stehern montiert für die Riechipswände. Und ich freue mich schon so mega. Und morgen müssen wir wieder Baustoffe einkaufen gehen. Das ist immer so eine stressige Sache, weil Baustoffe kosten echt viel. Und dann muss man das kaufen und das kaufen und das kaufen. Und dann ist das so eine Rechnung. 1500 Euro immer so an der Kasse. Dann muss man schlafen. Hey, alles okay bei euch? Was macht ihr denn? Michelle, was ist das denn? Hey, Bibi! Die Luisa spielt mit ihrem Dino. Die Michelle hängt am Handy ab. Hast du heute gelesen? Es ist Sonntag. Stimmt. Und die Lara? Spielt die Lara? Mario Kart? Mario Kart. Mario Kart oder Mario Party? Mario Kart. Und ist das lustig? Ja. Ja. Ich habe noch frisch. Daddy! Gib mir keinen Kuss? Dann kommt doch. Dann kommt doch. Gib! Gib! Gib mir einen Kuss! Die Lara ist voll die Expertin. Oder Lara, bist du die Expertin? Du kannst echt Sprüche spielen. Michelle, mach dein Handy leiser. Es ist schon so dunkel. Schaut aus, als wäre eigentlich schon Bettzeit wäre. Mama, Lara, ich freue mich besser schon. Was wolltest du sehen? Michelle, es ist eh 19 Uhr. Beruhig dich. Es ist eh noch voll früh. Ja. Ihr könnt eh noch wach bleiben. Aber es schaut halt nur so aus, als es schon so dunkel ist. Oder es schaut ja schon so spät aus. Es wird schon mitten in der Nacht sein. Ja. Kannst du es aufsetzen? Das ist kein Eis. Setz das mal auf. Setz du das mal auf? Warte, ich mache das. Michelle, schau mal. Michelle. Oh, wie süß bist du. Oh, Luisa, mein Baby. Magst du es sehen? Wie süß du auch, schau? Ja. Nee. 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 Nee.